Polizeiberichte Berlin 12. März 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Versuchter Werkzeugdiebstahl Festnahme mit Drehleiter Nummer 0358 In Adlershof nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht drei Männer nach einem versuchten schweren Bandendiebstahl fest, bei einem von ihnen war der Einsatz einer Drehleiter notwendig. Ein Angestellter eines Baumarktes in Adlershof hatte nach Ladenschluss den zuständigen Polizeiabschnitt 35 kontaktiert und mitgeteilt, dass Videoaufnahmen aus dem Baumarkt zeigten, wie zwei Personen während der Öffnungszeiten mehrere hochwertige Werkzeuge in den Freiluftbereich des Marktes transportiert und dort versteckt hatten. Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 35 observierten daraufhin den Markt am Adlergestell. Gegen 23.30 Uhr fuhr ein mit drei Männern besetzter Audi vor. Zwei der Männer überstiegen einen Zaun und gelangten so in den Außenbereich des Marktes. Daraufhin erfolgte zunächst die Festnahme des noch im Auto sitzenden 50-Jährigen. Die beiden anderen Tatverdächtigen, 20 und 21 Jahre alt, nahmen die Polizeikräfte im Außenbereich des Marktes fest. Der 21-Jährige hatte sich zwischen Baumaterialien versteckt, der 20-Jährige hatte seine Kletterfähigkeiten abermals genutzt und sich auf ein hohes Regal begeben. Seine Festnahme erfolgte mithilfe einer Drehleiter der Berliner Feuerwehr. In dem Audi fanden die Polizeikräfte diverse neuwertige Werkzeuge. Sowohl das Fahrzeug als auch die darin gefundenen Gegenstände stellten die Einsatzkräfte sicher. Die drei Festgenommenen wurden für das Weiterermittelnde Kommissariat des Polizeiabschnitts 35 eingeliefert. Bericht Jugendlicher durch Stiche verletzt Nummer 0359 Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen wurden in der vergangenen Nacht in Wilmersdorf zwei Jungen, 16 und 17 Jahre alt, verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen trafen sich die beiden und zwei weitere Bekannte, 14 und 16 Jahre alt, gegen Mitternacht zu einer Aussprache in einer Grünanlage an der Wilhelmsaue Melitzstraße, infolgedessen es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Anwesenden gekommen sein soll. Dabei soll einer der 16-Jährigen dem 17-Jährigen mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt haben und geflüchtet sein. Der 17-Jährige wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, sofort operiert und verbleibt dort stationär. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen. Polizeikräfte des Abschnitts 26 nahmen in der Nähe den 16-Jährigen Tatverdächtigen fest. Dieser wies Verletzungen im Gesicht und am Kopf auf und wurde ebenfalls durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und der Kriminalpolizei der Direktion 2, West, übergeben. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und den Körperverletzungen dauern an. Bericht, unter Drogeneinfluss stehend vor Polizeikontrolle geflüchtet, jugendlicher Fahrer festgenommen. Nummer 0360 Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Jugendlicher versuchte sich gestern Abend in Wedding vergeblich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 21.30 Uhr wollten in zivil eingesetzte Kräfte der 34. Einsatzhundertschaft den Fahrer eines Mietfahrzeugs in der Punkstraße verkehrsrechtlich überprüfen, weil dieser durch diverse Ordnungswidrigkeiten aufgefallen war. Der Autofahrer beschleunigte umgehend das Fahrzeug als sich die Kräfte als Polizisten zu erkennen gaben und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit, missachtete, nach Angaben der ihm folgenden Polizeikräfte, mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmende, die stark abbremsen mussten, um Kollisionen zu verhindern. In der Wiesenstraße stoppte der Audi und die beiden Insassen sprangen aus dem Wagen. Den 17-jährigen Beifahrer stoppte ein Polizist noch am Fahrzeug, brachte ihn zu Boden und nahm ihn fest. Der 16-jährige Fahrer des Audi rannte zunächst davon, ein Polizist holte ihn aber bereits nach kurzer Flucht ein und nahm ihn fest. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte Der Jugendliche schon aufgrund seines Alters natürlich nicht vorlegen, zudem bestätigte ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest den Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. In dem Fahrzeug, das nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde, fanden die Einsatzkräfte eine Plastiktüte mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln. Nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam wurde der 16-Jährige, nach Rücksprache mit einem Erziehungsberechtigten, wieder entlassen. Der 17-Jährige wurde von seiner Mutter abgeholt. Die Ermittlungen, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, dauern an. Bericht Seniorin wird bei Brandt verletzt. Nummer 0361 Anwohner alarmierten gestern Abend Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhaus im Nikolassee. Nach den bisherigen Ermittlungen brach gegen 20.45 Uhr in einer in der ersten Etage liegenden Wohnung einer 84-Jährigen in der Vonlackstraße in der Küche ein Feuer aus, vermutlich beim Zubereiten von Essen. Das Feuer breitete sich auf eine darüber liegende Wohnung einer 83-Jährigen aus. Diese erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 84-Jährige und weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Vonlackstraße war während der Lösch- und Rettungsarbeiten zwischen Potsdamer Chaussee und Beskidenstraße bis 1.30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, kleiner Junge bei Verkehrsunfall verletzt. Nummer 0362 Gestern Abend wurde in Wilhelmstadt ein Zweijähriger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr eine 87-Jährige mit ihrem Smart kurz nach 19 Uhr die Charlottenburger Chaussee von Ruhleben kommend in der linken Fahrspur in Richtung Teltower Straße an den Freiheitswiesen und soll bei Rot eine Ampel überfahren haben. Dabei soll der Wagen den kleinen Jungen, der gemeinsam mit seiner Mutter die Fahrbahn an der Ampel überqueren wollte, gestreift haben. Der Kleine stürzte und verletzte sich am Kopf und an einem Bein. Die Seniorin schien von dem Aufprall und Sturz des Kindes nichts mitbekommen zu haben und setzte ihre Fahrt in dem Kleinwagen fort. Eine Unfallzeugin folgte dem Smart und sprach die Fahrerin bei ihrem nächsten Halt an der Ruhlebener Straße Ecke Teltower Straße an, die daraufhin zum Unfallort zurückkehrte. Das verletzte Kind wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizeikräfte fertigten unter anderem eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht und schrieben einen Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde. Bericht Streit im Straßenverkehr eskaliert Nummer 0363 Wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung nach einem Streit im Straßenverkehr in Kreuzberg, bei dem ein Mann mit einem Messer verletzt wurde, ermittelt seit der vergangenen Nacht die Kriminalpolizei der Direktion 5, City. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll es gegen 0.10 Uhr an der Kreuzung Hallisches Ufer Schöneberger Straße zum Streit zwischen zwei Autofahrern gekommen sein, nachdem einer von ihnen, ein 20-Jähriger in einem Opel, sehr stark gebremst hatte, als die Ampel auf rot umgesprungen war. Ein 22-Jähriger, der sich mit einem VW direkt dahinter befand, musste ebenfalls sehr stark bremsen und soll wutentbrannt aus seinem Fahrzeug gestiegen sein. Auch der 20-Jährige war daraufhin ausgestiegen und es soll sich zwischen beiden eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben. Die vier weiteren Insassen des VW, Männer, 18 bis 23 Jahre alt, sollen daraufhin ebenfalls ausgestiegen sein. Nach ihren Aussagen hätten sie die Auseinandersetzung beenden wollen. Ein 22-Jähriger aus dem Quartett sei zwischen die beiden sich schlagenden Autofahrer gegangen, soll dann nach eigener Aussage gestürzt und der 20-Jährige auf ihm gefallen sein. Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei verständigt, die wenig später eintraf. Bei der Befragung aller Anwesenden durch die Polizeikräfte widersprachen diese sich teilweise erheblich. Der 22-Jährige, der nach eigenen Angaben habe schlichten wollen, wurde von den Einsatzkräften auf eine wenige Zentimeter tiefe Stichverletzung in seiner Brust aufmerksam gemacht. Wie er sich diese zugezogen hatte, konnte der Mann nicht sagen. Auch niemand von den anderen Anwesenden konnte oder wollte hierzu nähere Angaben machen. Die Einsatzkräfte fanden in der Nähe ein Messer, auch in der Mittelkonsole des VW lag ein Messer. Beide Messer stellten die Polizeikräfte als mögliche Beweismittel und Spurenträger sicher. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Alle anderen Männer, sowie die 42-jährige Beifahrerin des 20-Jährigen, wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Bericht, Brand auf dem Gelände eines Autohandels Nummer 0364 In der vergangenen Nacht brannten eine größere Anzahl von Fahrzeugen auf dem umzäunten Gelände eines Autohandels in Schmerkwitz. Gegen 1.15 Uhr bemerkte ein Passant eine Rauchentwicklung auf dem Grundstück am Adlergestell und sah Flammen, die von brennenden Autos auf andere abgestellte Wagen und ein Gebäude der Firma übergriffen. Dabei sollen auch gelagerte Gasflaschen explodiert sein. Verletzt wurde niemand. Alarmierte Brandbekämpfer löschten die brennenden Fahrzeuge und das Gebäude und konnten verhindern, dass das Feuer auf eine angrenzende Tankstelle überging. Mindestens 14 PKW brannten vollständig aus. Weitere zehn Fahrzeuge wurden durch die Flammen und die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht Mutmaßlicher Autodieb verletzt sich bei Verkehrsunfall Nummer 0365 In der vergangenen Nacht wurde in Tiergarten ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den Angaben des 21-Jährigen soll er kurz vor dem Unfall in der Straße des 17. Juni einen abgestellten, unverschlossenen BMW gestohlen haben, den er mit einem im Fahrzeug liegenden Schlüssel starten konnte. Mit dem Wagen befuhr der 21-Jährige gegen 2.50 Uhr die Hofjägerallee vom großen Stern kommend in Richtung der Kreuzung Stühlerstraße, Tiergartenstraße, Klingelhöferstraße und fuhr auf einen dort verkehrsbedingt haltenden VW auf, mit dem ein ebenfalls 21-Jähriger und sein 27 Jahre alter Begleiter unterwegs waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der mutmaßliche Autodieb am Rumpf und am Bein verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Nach Angaben des VW-Fahrers, der, wie auch sein Beifahrer, unverletzt blieb, wollte sich der Verletzte vom Unfallort entfernen und wurden von den beiden VW-Insassen bis zum Eintreffen von Rettungskräften und der Polizei festgehalten. Der BMW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Da er dort angab, Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben, wurde in der Klinik eine Blutentnahme durchgeführt. Auch gab er an, keinen Führerschein zu haben. Der BMW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl, dem Verkehrsunfall, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss Berausch in der Mittel und der versuchten Unfallflucht dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2, West, übernommen. Bericht Mordkommission übernimmt die Ermittlungen Nummer 0366 Aufgrund der zwischenzeitlich geführten Ermittlungen zu der Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Wilmersdorf hat die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlages übernommen. Diese dauern an. Erstmeldung Nummer 0359 vom 12. März 2023 Jugendlicher durch Stiche verletzt Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen wurden in der vergangenen Nacht in Wilmersdorf zwei Jungen, 16 und 17 Jahre alt, verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen trafen sich die beiden und zwei weitere Bekannte, 14 und 16 Jahre alt, gegen Mitternacht zu einer Aussprache in einer Grünanlage an der Wilhelmsaue Melitzstraße, infolgedessen es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Anwesenden gekommen sein soll. Dabei soll einer der 16-Jährigen dem 17-Jährigen mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt haben und geflüchtet sein. Der 17-Jährige wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, sofort operiert und verbleibt dort stationär. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen. Polizeikräfte des Abschnitts 26 nahmen in der Nähe den 16-Jährigen Tatverdächtigen fest. Dieser wies Verletzungen im Gesicht und am Kopf auf und wurde ebenfalls durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und der Kriminalpolizei der Direktion 2, West, übergeben. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und den Körperverletzungen dauern an.